Als Vertreterin der informellen Kunst ist es mir besonders wichtig, das Leben und die hiervon ausgehende Inspiration als Resonanz in meine Kunst einfließen zu lassen. Somit ist es mir ein Anliegen, das Erlebte mit ganzer Sinnlichkeit auf die Leinwand zu übertragen und die darin liegende positive Energie, Zuversicht, Mut und Kraft dem Betrachter zu vermitteln. Auf der Suche nach Kraftquellen führte mich das Leben immer schon an besondere Orte. Vom Schicksal nach Salzburg verschlagen, spürte ich sofort die Kraft der dort umgebenden Berge. Ohne zu zögern, begann ich der Empfindung zu folgen und diese besondere Energie nicht nur abstrakt, sondern auch mit realistischen Zügen auf die Leinwand zu bringen. Seit ich weiß, dass selbst der Dalai Lama den Untersberg als Kraftzentrum Europas bezeichnet, verstehe ich noch besser, wohin mich meine Kunst nun führt.